Steffen, was sind denn deine Highlights von Giant für 2019? Ja, für 2019 bei Giant sind meine Highlights einmal das Fathom E-Pro 29er und das Daily Tour mit Riemenantrieb. Ja, deine Highlights stehen zufälligerweise vor uns. Du hast es angesprochen, das Fasom 29 als E. Ein ganz neues Modell gab es im letzten Jahr nicht. Warum ist es eines deiner Highlights? Ja, wir haben nach bereits einem Jahr das Dirt E-Pro, das vorher existierte, den kompletten Rahmen nochmal überarbeitet, weil einfach die Integration des Akkus vorangeschritten ist und wir jetzt eben das Fathom aufgelebt haben mit einem vollintegrierten Akku. Der war ja bisher, sag ich mal, teilintegriert. Da war der Akku Teil der Form. Jetzt ist das Rohr bleibt in der Form und jetzt wird eben in den Rahmen reingetan. Hier seid ihr einmal rumgegangen. Das heißt, der erste Akku war ja nach oben rausnehmbar. Dann hat er den Side-Pull-Akku. Jetzt seid ihr von unten rangegangen. Frage mich, ob nächstes Jahr dann die Seite auf der anderen Seite kommt. Nein, nein, nein. Das ist also auf jeden Fall nicht. Der aktuelle Stand ist halt oder der Trend geht halt zu den Intube Akkus sozusagen. Und dem haben wir jetzt Rechnung getragen mit dem 2019er Modell. Was außerordentlich gut gelungen ist, wie ich finde, ist sehr harmonisch. Wo liegt jetzt der Einsatzbereich oder wo war das Augenmerk bei euch in der Entwicklung für dieses Fahrzeug? Ja, im Prinzip hat sich nicht so viel geändert im Vergleich zum neu vorgestellten Dirt E-Pro aus dem letzten Jahr. Es ist ein echtes Trail-Mountainbike, was wir hier nach wie vor im Programm haben. Nur wir wissen alle, dass eH-Tails auch sehr viel als von SUV-Kunden sozusagen genutzt werden. Also ich kann es sowohl im echten Gelände einsetzen als auch natürlich auf der Straße sozusagen. Da machen die 29 Räder auch natürlich Sinn. Und du hast es angesprochen. Wir haben hier die Vorbereitung für Direktmontage eines Seitenständers, für Schutzbleche, auch Gepäckträger. Und damit kann ich mir ein sehr robustes, alltagstaugliches Rad bauen. Genau. Also was neu ist wirklich für dieses Jahr, ist, dass wir die Laufradgröße 29 Zoll überhaupt im gesamten EHT-Bereich eingeführt haben. Und eben den Rahmen, wie gesagt, für Alltagstauglichkeit auch vorbereitet haben, so wie du es gesagt hast. Jetzt haben wir hier die Ride Control One. Das heißt, das ist eure Fernbedienung. Die neue, sehr reduziert das Ganze auf ein paar Tasten und LEDs. Jetzt fehlt mir da natürlich so ein bisschen das Display. Was für Möglichkeiten bietet ihr hier? Ja, also grundsätzlich war die Idee natürlich, gerade bei den Mountainbikes diese ganze Display-Geschichte zu reduzieren. Der Fahrer, der wirklich im Gelände unterwegs ist, der möchte sich auf das Nötigste nur konzentrieren müssen, was den Antrieb betrifft. Deswegen eben die neue Ride Control One. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten für Kunden, die gerne doch ein Display haben möchten. Zum einen ist dazu erwähnen, dass wir dieses Jahr eine neue Ride Control E-Bike App, also eine App für iOS und für Android anbieten werden. Zum anderen gibt es auch nach wie vor bei uns Upgrade-Möglichkeiten für das Charge Display und für das Evo Display. Du hast die App angesprochen. Das liegt natürlich auch voll im Trend, das Ganze smart zu machen durch und durch. Welche Anzeige, welche Funktion ganz kurz bietet mir die App? Mit der App kann ich zum einen, und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, meine Unterstützungsstufen des Motors anpassen. Individuell jede einzelne Unterstützungsstufe. Da kann ich den Unterstützungsgrad in Prozent quasi ändern. Ich kann Fitnessziele mir setzen in der App. Ich kann das Ganze als Navigation natürlich nutzen. Und ich kann mir Benachrichtigungen, die vom Handy aus kommen, zum Beispiel über einen eingegangenen Anruf oder über eine Nachricht mir auf dem Display, wenn ich dann das Fahrrad mit dem Display ausgestattet habe, anzeigen lassen. Klingt super interessant. Gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Das ist nicht das einzige Rad, was eines deiner Highlights ist. Eine ganz andere Richtung ist dann das Daily Tour. Das Daily Tour ist jetzt auch ein ganz neues Modell. Richtig. Also dieses Thema vollintegrierte Akku, das haben wir eben nicht nur bei unseren Mountainbikes untergebracht, sondern auch in dem Zusammenhang ein komplett neues Tourenrad, Cityrad auf die Beine gestellt. Das Daily Tour eben auch mit einem vollintegrierten Akku als Tiefeinsteiger. Das ist immer ein bisschen herausfordernd, das mit der entsprechenden Steifigkeit auch hinzubekommen. Das Daily Tour gibt es ausschließlich mit Nabenschaltung. Und das Besondere bei dem Rad, was hier vor uns steht, ist eben der Gates Riemenantrieb. Das ist natürlich eine super Sache, weil absolut wartungsfrei. Ich brauche mich um nichts zu kümmern, ich brauche nicht schmieren, ich brauche nicht spannen. Das sind die Vorteile des Riemens. Du hast es angesprochen, Herausforderung, die Steifigkeit des Rahmens, Tiefeinsteiger, integrierter Akku. Und trotzdem habt ihr bei allen euren Rädern ein maximal zulässiges Gesamtgewicht. Richtig. Das maximal zulässige Gesamtgewicht für 2019 aller E-Bikes liegt bei 156 Kilogramm. Was, denke ich, im Markt schon ein bisschen herausragte. Ich finde das sensationell, gerade bei dieser Rahmenform, wo viele Angst haben und da bei 120 Schluss sein lassen, setzt ihr noch einen drauf und sagt, unser Rad kann einfach mehr. Ja, ganz genau. Ihr habt ein neues Gepäckträgersystem, dafür hast du den Korb eben drauf gemacht. Das ist wirklich so eine Klickgeschichte, super angenehm, da klappert nichts. Und hier ist das Display schon drauf. Das heißt, hier fahren wir eine andere Schiene wie im Mountainbike Sportbereich. Das heißt, das Ding kommt immer mit Display. Genau. Also zum Gepäckträger zunächst. Es gibt ja den Trend oder es ist eigentlich schon Standard, dass man einfach System-Gepäckträger einsetzt. Dort gibt es verschiedene Systeme am Markt. Wir haben bisher vorrangig mit Rectime zusammengearbeitet und gehen jetzt aber mehr den Weg in Richtung MIG-System. Das Gepäckträgersystem ist eine Kooperation aus Marsloat, dem Gepäckträgerhersteller, und Basir, dem Komponentenhersteller hier in Europa. Und da haben wir ein ganz cleveres, smartes System jetzt integriert in die Fahrräder. Zu dem Display, genau bei dem Daily Tour werden wir nach wie vor natürlich das Evo-Display, unser hochwertigstes Display einsetzen. Das Schöne ist, ich kann auch dieses Display eben mit der App verbinden und die App pusht mir dann eben die Meldung, über die ich eben gesprochen habe, auf das Blizz-Display, sodass ich mein Smartphone, auf dem die App läuft, in der Tasche haben kann und alles auf meinem E-Bike-Display sehen kann. Und was du eben nicht angesprochen hast, glaube ich, ist, dass die Navigation mir natürlich auch auf das Display gespiegelt wird. Fand ich super interessant. Genau, also die Navigation, die aus der E-Bike-App kommt, die wird mittels Piktogramme sozusagen, also kleinen Icons auch auf dem Evo-Display angezeigt, sodass ich dann weiß, wo ich quasi langfahren muss. Finde ich eine super Geschichte. Abschließend natürlich meine Standardfrage. Ich bin im Laden drin und stehe vor lauter Fahrzeugen und muss mich entscheiden, warum sollte ich mich jetzt für einen Giant entscheiden? Giant steht natürlich zunächst einmal immer für ein individuelles Produkt. Also wir haben den Anspruch, ein Produkt auf die Beine zu stellen, was sich von anderen abhebt. Das haben wir auch dieses Jahr mit den integrierten Akkus mit der Formensprache, die dazugehört, geschafft. Dann ein zweiter Punkt, den man erwähnen sollte, ist immer die lebenslange Garantie. Wir haben über das zulässige Gesamtgewicht gerade bei den E-Bikes eben schon gesprochen. Und letztendlich fahren sich die Dinger einfach geil. Und wir entwickeln natürlich auch Fahrräder immer aus Sicht des Konsumenten, was dem Konsumenten letztendlich die maximal mögliche Riding Performance, sage ich mal, ermöglichen sollte. Und das in allen Bereichen finde ich echt klasse. Vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön. wife NDR 2022 Vielen Dank.